So Leute, ich bin's wieder. Immer noch bei dem Thema Nahrungsergänzungsmittel und ich habe euch ja gesagt, ich stelle euch jetzt meine persönlichen Favoriten, die ich auch wirklich täglich im Gebrauch habe vor. Und ich will einfach mit meinem wirklich, das ist mein wirklich Favorite Produkt, will ich euch vorstellen und zwar sind das die BCAA Black Bowls von Best Body Nutrition natürlich. Natürlich auch auf der Kölner Liste. Ich habe sie jetzt hier im Geschmack Lemon, gibt es aber auch noch im Blutorange. Und ganz kurz, ich will jetzt nicht lange drum reden, was überhaupt BCAA sind, das werden die meisten Leute schon wissen. Vereinfacht gesagt, es sind einfach gewisse Aminosäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann und die er einfach zum Muskelschutz und zum Muskelaufbau braucht. Der Vorteil gegenüber normalen Aminosäuren ist einfach, dass diese Aminosäuren sofort im Körper zur Verfügung stehen, zum Muskelaktivität, zum Muskelaufbau. Und deshalb kann man das natürlich auch ideal während dem Training trinken. Ich habe das immer während dem Training dabei. Habe auch hier jetzt gerade noch was vom Training übrig, weil ich vorhin im Wasser war. Und Lemon kann ich schon mal empfehlen. Wirklich guter Geschmack. Blutorange habe ich noch nicht ausgetestet. Werde ich aber auch demnächst machen. Und was ist, also wirklich was cool daran ist, dass wirklich, ihr habt da einen passenden Messlöffel mit, glaube ich, 10 oder 8 oder 10 Gramm sind es, wirklich für eine Portion. Und ihr könnt damit locker einen Liter Flüssigkeit geschmacklich super herstellen. Und es ist super löslich. Geschmack kann ich auch echt empfehlen. Und garantiert frei von Doping-Substanzen. Falls ihr euch entschließt, was von Best Body zu kaufen, dann habe ich jetzt noch einfach für euch eine kleine Zugabe. Ihr könnt einfach in der Bestellung ab einem Warenwert von 50 Euro den Gutscheincode DOMENIC2015 mit einem großen D eingeben. Dann bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Bei 50 Euro wären das 10 Prozent. Also besser als nichts. Und ja, probiert das einfach mal aus. Ich will jetzt niemandem natürlich die Produkte aufs Auge drücken. Informiert euch erstmal selber darüber. Da hat Best Body alles auf der Seite zur Verfügung gestellt. Wirklich eine völlig durchleuchtete Seite. Da könnt ihr euch informieren über das Anti-Doping-Programm, über die Partner. Wirklich. Also das sind echt große Partner dabei. Wie gesagt, Olympiastützpunkt Stuttgart. Die würden das nicht machen, wenn da irgendwie was Unsauberes dabei wäre. Und ich bin überzeugt davon. Und ich hoffe, ich kann euch vielleicht auch überzeugen, wenn ihr eben noch auf der Suche nach einem guten Nahrungsergänzungsmittel- Hersteller seid. Und wie gesagt, habe ich jeden Tag im Training dabei. Könnt es gerne mal ausprobieren. Falls ihr mich mal irgendwo im Inselbad seht oder im Freibad oder irgendwo. Ich habe die Dose immer dabei. Ich gebe euch gerne mal einen Schluck ab. Dann könnt ihr es mal austesten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis bald. Haltet euch fit. Ciao, ciao.